Warum engagieren sich Menschen freiwillig? Wenn sich jemand für die freiwilligen Arbeit einsetzt, steht der Spaßfaktor an erster Stelle. Doch auch der Anreiz, eine sinnvolle Arbeit zu verrichten, welche die eigenen Werte widerspiegelt, spielt eine Rolle. Oftmals fühlt man sich zudem in der Gesellschaft von Gleichsünden wohl. Die freiwillige Arbeit ist von Seiten der Unternehmen sowie auch der Freiwilligen eine wertvolle Erfahrung. Dabei ist wichtig, dass die freiwillige Arbeit nicht die bezahlte Arbeit konkurrenziert. Die Bereiche, in denen freiwillige Arbeit geleistet werden können, sind sehr vielfältig. Das Corporate Volunteering ist eine weitere Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren. Oftmals ist dieses in großen Unternehmen anzutreffen, welche das gesellschaftliche Engagement der eigenen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen fördern wollen. Dabei wird auf Arbeitszeit eine Arbeit für gemeinnützige Organisationen verrichtet. Damit die freiwillige Arbeit positiv ausfällt, bedarf es Transparenz und Ehrlichkeit. Um dies zu erreichen, sind Eignungsgespräche und eine Einsatzvereinbarung sehr wichtig. Zudem wird empfohlen, dass keine materielle Entschädigung geleistet wird. So entsteht keine Gefahr von Schwarzarbeit. Die Motivation zur Leistung der freiwilligen Arbeit liegt sowieso in anderen Aspekten. Haben wir dein Interesse geweckt? Viele weitere Themen findest du auf der Webseite oneplanetlab.ch Untertitelung der Untertitelung des ZDF, 2020